Du hast einen BambuLab X1 oder X1C und möchtest gerne die X1 Plus Software auf den Drucker installieren, um ein paar mehr Features zu haben? Dann bist du in diesem Video genau richtig und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von Make-O-Rama.de Und zu Beginn gibt es erstmal einen dicken, fetten Disclaimer. Alles, was ihr hier nachmacht, passiert auf eigene Gefahr. Ihr müsst dafür die Garantie von eurem Drucker komplett entwerten, weil BambuLab warnt euch davor, explizit ich euch auch. Also ich übernehme dafür keine Haftung. Ich zeige euch nur, wie ich das bei meinem gemacht habe. Und erstmal die Frage, warum macht man sowas denn überhaupt? Naja, es gibt dafür verschiedene Punkte. Zum einen bekomme ich damit Zugang über SSH auf den Drucker. Das heißt also, ich kann mir auch mal angucken, was denn in den Log-Files alles passiert und was denn da alles getrackt wird. Und das ist einiges. Ich habe da gefunden, was Bambu denn entsprechend oder der Drucker alles denn entsprechend an den Cloud-Server schickt. Ich habe erfahren, wo der Cloud-Server steht. Das ist dann ein Amazon Web-Service, also ein AWS US West 1 Server, der in Kalifornien steht. Da gibt es eine schöne Webseite von Amazon, wo man die einzelnen Server-Standorte nachschauen kann. Und man kann natürlich einiges ansprechen am Drucker selbst, weil es ein Linux-basiertes System ist, sich anschauen. Und in der Oberfläche von der X1 Plus hat man dann auch einige Sachen mehr drin, die man durchführen kann. Zum Beispiel mal, das war eine Frage von euch, wie ich das gemacht habe mit dem Ausmessen von dem Batmash. Das geht nur mit der X1 Plus Software. Man hat natürlich noch mehr Funktionalität, mit der man den Drucker testen kann und kalibrieren kann und auf Herz und Nieren testen kann quasi. Und dann gibt es noch solche Spielereien, dass man zum Beispiel mal eigene Grafiken oder Icons ins Display einbauen kann. Also wenn er im Ruhezustand ist, wenn er was am Drucken ist und sowas in Richtung, kann man natürlich auch Grafiken reinladen. Und alle Links, die ihr benötigt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Aber auch hier nochmal der Warnhinweis, macht das bitte nur, wenn ihr wirklich gewillt seid, die Garantie von eurem Drucker komplett zu entwerten. Ich möchte auch gerne wissen, was auf meinem Drucker passiert und welche Daten wo hingehen und das gerne ein bisschen besser kontrollieren. Und natürlich auch herausfinden, warum mein Drucker dann nicht gut druckt. Und das möchte ich euch gerne mal zeigen, was ich damit meine. Bevor wir aber weitermachen, möchte ich mich heute gerne bei unserem Sponsor PCBWay bedanken. Auf PCBWay.com könnt ihr nicht nur kostengünstig Halbleitsatplatinen herstellen lassen. Inzwischen könnt ihr dort aber auch weitere Services wie CNC-Fräsen, Blechbearbeitung oder aber auch 3D-Druck in Anspruch nehmen. In Zusammenarbeit mit PCBWay habe ich mir einen Toolhead für meinen Nexen Voron Zero aus Nylon herstellen lassen. Die Teile sind zum einen eingefärbt, das heißt also der Toolhead ist bei mir zweifarbig. Und zum anderen haben diese Teile natürlich perfekt gepasst. Wer also für eines seiner Projekte unbedingt so einen Service braucht, den kann ich PCBWay einfach nur ans Herz legen. Und damit machen wir weiter im Video. Ich habe nämlich hier einen First-Layer-Test. Den habe ich auf dem X1C gedruckt. Und da seht ihr schon, durch diese Stelle hier kann ich euch quasi da auf dem Monitor oben entsprechend sehen. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ja, doch man sieht es ganz deutlich in der Kamera. Das ist eine Stelle beim X1C, die ich halt entsprechend habe. Ich glaube, das war so gedruckt entsprechend. Und genau von dieser Diagonalen hier auf dieser Diagonalen habe ich 0,9 Millimeter Differenz. Ja, mit Klebertraub verträgter Oberfläche auf der Druckplatte habe ich 0,8 Millimeter. Mit gereinigter Druckoberfläche habe ich 0,9. Ich mag jetzt nicht den Drucker unbedingt biegen und brechen, komm raus, schlecht drehen. Aber es ist nun mal ein Problem bei dem Drucker. Ich muss es halt wissen. Man kann es justieren. Das werden wir uns auch nochmal in einem separaten Video angucken. Das ist ja kein Beinbruch in dem Sinne. Aber wenn ich ein Druckbild wie das hier habe, ist das halt nicht gut. Und das möchte ich gerne behoben bekommen. Und das kann ich halt mit der Standardsoftware, die Bamboo halt anbietet, leider momentan noch nicht. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Bamboo sagt, okay, wir bauen so ein Feature zum Badmash-Leveln, um solche Fehler quasi auszumerzen, einfach standardmäßig mit ein. Ja, das würde mich tierisch freuen. Ganz einfach deswegen, dass es halt einfach Sinn macht bei so einem Drucker, bei einem 3D-Drucker. Mich würde es auch freuen, wenn Bamboo einbauen würde, dass man standardmäßig einen SSH-Zugang zum Drucker haben kann, um zu gucken, was für Daten gehen raus. Oder aber auch im Bamboo-Studio standardmäßig unterstützen würde, dass man im Laden ohne Modus drucken könnte. So viel zur Kritik. Jetzt aber erstmal, wie lösen wir das Ganze dann entsprechend? Wie installieren wir uns die X1 Plus Software? Naja, zum ersten Mal müssen wir auf die Bamboo Third Party Plan irgendwas Seite gehen von Bamboo und müssen uns dort durch Seitenweise Text und Warnhinweise klicken, wenn wir das Ganze dann entsprechend wirklich machen wollen. Und die warnen uns explizit davor, okay, wenn du das machen möchtest, geht die Garantie von deinem Drucker komplett flöten. Das heißt also, wir haben dann ab da eigentlich nichts mehr von Bamboo am Support zu erwarten. Soll irgendwas dran sein, egal ob Hardware oder Software, kriegen wir keine Unterstützung mehr von denen. Ja? Mir war das erstmal soweit egal, weil ich gesagt habe, okay, ich möchte das Ding ja auf Herz und Nieren testen und genau das euch zeigen, wie das funktioniert, damit ihr dann, wenn ihr sagt, okay, ihr seid damit d'accord, dass ihr wisst, wie das geht und euch dann selbst dazu entscheiden könnt, das Ganze zu machen. Und wenn wir das alles durchgeklickt haben, dauert es erstmal ein bisschen. Den Link zu dieser Seite findet ihr unten in der Videobeschreibung. Aber wenn es dann soweit ist, dann dauert es ein bisschen. Bei mir hat es jetzt ungefähr einen Tag gedauert, anderthalb Tage gedauert, bis ich das Ganze freigegeben bekomme. Bei anderen ging es schneller, bei anderen hat es nochmal länger gedauert, weil das Ganze nochmal nicht so automatisiert, zumindest mal damals nicht automatisiert war, sondern noch manuell freigeschaltet wurde. Ihr bekommt dann in der Bamboo Handy-App ein Downgrade freigeschaltet. Bamboo hat damals das Downgraden gesperrt, weil sie einfach diese Angriffsmöglichkeit im Betriebssystem vom Drucker halt nicht mehr öffentlich machen wollte. Das ist auch okay. Das mag ich ja voll und ganz unterschreiben, dass man es macht. Ich weiß, woran es gelegen hat. Ich werde es nicht sagen, damit nicht irgendwie jetzt irgendeiner auf dumme Ideen kommt. Aber ihr kriegt dann entsprechend über die Handy-App dann entsprechend die alte Firmware nochmal freigeschaltet, mit der ihr dann in der Lage seid, das X1 Plus System entsprechend zu flashen und zu installieren. Und sobald ihr das in eurer Handy-App seht, könnt ihr den Drucker auch downgraden. Und ab da bleibt ihr quasi auf der Version erstmal drauf. Das heißt, die ganzen coolen neuen Features, die in der neuen Version kommen, sind erstmal für uns komplett uninteressant, weil die funktionieren ja nicht mit der X1 Plus Software. Dafür haben wir viele neue, coole Features in der X1 Plus Software. Und das ist für mich mehr wert, als jetzt ein paar andere Sachen, die ich nicht brauche momentan. Wenn wir das haben, müssen wir uns erstmal die ganzen Zugangsdaten, also Access-Code und hast du nicht gesehen, entsprechend alles aufschreiben. Auch am besten noch das SSH-Passwort und sowas in der Richtung, damit wir das alles wirklich notiert haben an einer Stelle, die sicher ist, damit es kein anderer an die Finger kriegt. Und dann laden wir uns auf der Webseite, den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung, die X1 Plus Software runter. Und dann braucht ihr nochmal eine SD-Karte, denn die X1 Plus Software läuft auf einer SD-Karte, die am Display eingesteckt ist. Das heißt also, ab da ist es tabu quasi, dass man Daten nochmal über die SD-Karte einspielt. Denn wenn ihr die SD-Karte rausnehmt, dann fährt das ganz normale Betriebssystem wieder hoch. Diese SD-Karte müsst ihr im FED32-System formatieren. Wenn ihr das dann gemacht habt, packt ihr die SD-Karte in den Drucker rein und startet die frisch runtergeladene X1 Plus Flashing Software. Wählt euren Drucker aus, gebt euer Passwort ein und dann könnt ihr im Prinzip schon den Drucker flashen. Das dauert nicht lange, das dauert vielleicht ein paar Minuten und dann ist die Software auch ausgespielt. Und dann seht ihr im Prinzip so ein Standard-Linux-Startscreen mit einem X1 Plus Logo, wo erstmal alles runterrattert, was gerade gestartet wird an Services und so. Und dann seht ihr erstmal die ganz normale Oberfläche mit dem X1 Plus Logo. Und dort habt ihr dann die Möglichkeit, erst einmal alles Mögliche einzustellen. Heißt also, ihr geht unten auf die Einstellungen und dann könnt ihr oben sagen, okay, Calibration. Und da seht ihr dann Batmash Calibration oder Flow Calibration, Vibration Compensation und sowas in Richtung. Diese ganzen Kalibrierungseinstellungen, die könnt ihr dann nochmal manuell anträgern und nochmal manuell ausführen oder aber auch euer Bett ausmessen und schauen, dass ihr dann dort auch irgendwelche Probleme, wie ich jetzt hier mit dem Bett erkennt. Und das ist es im Prinzip schon. Damit habt ihr dann die X1 Plus Software draufgespielt. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr wollt wie ich zum Beispiel mal eine benutzerdefinierte Grafik auf eurem Display anzeigen, sei es im Standardzustand oder im Druckzustand, gibt es unterschiedliche Grafiken, die ihr einspielen könnt, ist auch nicht schwer. Die müsst ihr einfach nur auf der SD-Karte, wo das X1 Plus System drauf ist, in verschiedene Ordner packen. Da steht auch nochmal alles auf der X1 Plus Webseite drauf. Und dann müsst ihr das einfach nur im Prinzip einspielen, müsst euch die Grafik raussuchen, müsst ihr reinpacken und dann den Drucker nochmal neu hochfahren. Und wenn alles gut gelungen ist, dann funktioniert das auch wunderbar. Und wenn euch das Video weitergeholfen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr den ganzen Daumen nach oben gebt. Wenn ihr solche Videos weiterhin nicht verpassen wollt, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Schreibt doch mal unten in die Kommentare, was ihr noch gerne für Videos sehen würdet. Und damit vielen, vielen lieben Dank auch an meine Supporter hier auf YouTube und auf Patreon und natürlich auch an meine Sponsoren PCBway und Surfshark. Die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und damit hordeln sie rein. Happy Printing und ciao. Tschüss. 쪽 Koal Klein st ein